hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge ls 19 ps4 hier auf der vorpommernrügen wir sitzen hier noch im lkw und warten bis unser wasser voll ist aber eigentlich so viel zeit haben wir gar nicht wir werden uns schon mal den dringenden düngerstreuer umsetzen wir werden uns schon mal hier den radlader schnappen und einmal hier drüben bei den hühnern sauber machen da ist ja so ein kleiner fitzel muss ja hier 100 prozent verursachen helfer ist schon wieder fertig ist er nicht würde ich sagen er muss noch mal rein 16 liter sind die 100 prozent verschmutzung hier simulieren oder was die 60 liter gibt er ja heute hätten halbe tonne drin für diese lage werden natürlich nirgends los werden also so 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 So, das sollte passen. Hier rein werden wir sie nicht kriegen, oder? Ne, der Lichtse wird da. Aber die können wir jetzt hier rein machen. So, wir werden aber erstmal unseren Düngerstreuer umsetzen müssen. Jetzt müsste er ja das dort gedüngt haben, genau. Dann werden wir hier an der linken Kante nochmal runterschicken und einfach rüber zurück. Da steht er dann hier mitten im Feld. Müssen wir dann bloß wegnehmen, bevor unser Grasmeer kommt. So, hier einmal runter zu und dann geht es zurück. So, wir fahren jetzt rüber, machen bei den Schafen sauber und bei den Schweinen. Dann sind wir theoretisch, würde ich sagen... Achso, Wasser dann noch, ja, Wasser. Bei den Hühnern eigentlich eine Handvoll Getreide, aber naja, mal gucken. Es ist ja nur, dass es erstmal fast halb leer ist. Es ist ja nicht so, dass sie nichts zerfressen haben. Wird das Gras, das werden wir, wenn wir es hinkriegen, überhaupt hier einzusammeln. Also mich... So, das kommt gleich wieder rein. Weiß ich, wie sieht es da mit Futter aus bei den Schafen. Das passt so, die brauchen bloß Wasser. Ich denke mal, bei den Schweinen muss auch bloß Wasser hin. Nun ist es nicht fertig. Genau so sieht es aus, das Futter kann hier mit auf den Haufen, ihn können wir hier hinten stehen lassen. So ein Helfer J will fertig sein, Helfer J ist natürlich der hier. So das passt soweit, dann fahren wir gleich mal hoch zum Feld 14, werden dort ebenfalls noch düngen, also der Dünger da drin ist, der reicht definitiv. So fahren wir lang, wir fahren am besten gleich hier hinten hoch. Beziehungsweise mal messen. 83% gewachsen, 100% gedüngt, 20% feuchte. Jetzt weiß ich gar nicht, wir haben ja eingestellt, glaube ich, bei Season Feuchtegehalt der Ernte ist an. Da müssen wir, glaube ich, unter 20% kommen, oder? Also, ich weiß es gar nicht. Das war der Teufel. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dann denke ich mal, das sollte dann das Ergebnis auch zufriedenstellend sein. Ich weiß nicht, wie es irgendwo aussieht mit Wänden. Aber gucken wir mal, wenn ich arbeite, wir dort ein bisschen nach. So, das ist ja ebenfalls Soja hier. Genau, 50% Wachstum, 70% Feuchtigkeit, 67 gedüngt, 67 gedüngt, 66%. Achso, könnten wir dann sogar noch eine Düngerstufe draufbringen. Ob wir die noch draufkriegen, das glaube ich nicht. Das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass wir das noch hinkriegen sollten. So, ich suche eigentlich den hier. Ne, eigentlich suche ich den nicht. Eigentlich müssen wir noch Wasser fahren. Den hier braucht noch. Wenn, dann müssen wir das schon komplett fertig machen. Hier rum wird ein Schuhtreiß. Oh, die Tiere, die brauchen ja reichlich Wasser. Ja, die 3237 wieder reichen, die vierte Schafe. Ich glaube es nicht. Also das werden wir vielleicht wissen. Hätten haben gereicht, nicht hätten gereicht, sie haben gereicht. Dann fahren wir hier mal, ähm, trotz oder Rabatte. Bei meinen Schweinen wird es definitiv nicht reichen. Deswegen müssen wir erstmal Wasser aufladen. So, beziehungsweise müssen wir mal gucken. Oh, wir müssen erstmal in den Fend. Genau deswegen. Ups. Brauchen wir auch was kaputt, wenn wir durchfahren. Ne, oh Gott, wenn wir durchfahren. So, wir werden mal kurz warten. Weil den wärmer wohl dort oben gleich nochmal ein Stück rüber setzen müssen. Und vor allen Dingen, ich bin der Meinung, er dreht ja nicht hier in der Hälfte mal um. Weil ihm da irgendwas nicht gefällt. Ja, wir sehen, ob wir es an den innen gegen Tag schaffen. Wir müssen das Gras sammeln. Wir werden es jetzt schon mal neun Uhr hingehen. Und das ist das, was ich meine. Er bleibt jetzt einen Streifen stehen. So, und dann können wir weiter hier unseren T8 nehmen. Den Schwader, den setzen wir einfach an. Das haben wir ja beim letzten Mal auch gemacht. Und dann sammeln wir das weg, was wir eingesammelt kriegen. Und fahren dann halt zum Schluss nochmal quer. So, dass wir dann irgendwie... ...praktisch die... ...na oben und unten ist vorgewendet, was wir sonst machen würden. Dass wir das ordentlich haben. Mehr werden wir da kaum nicht tun. Eins crews... ...na oben und untenbelast. Musik Warum ist das dunkelgrün und das dort vorne hellgrün? So, also hell verfährt, das funktioniert. Hier brauchen wir den Wassertank, dass wir noch Wasser zum Schwein bringen können. So, der kann hier entladen. So, das hat funktioniert. Dann werden wir den nochmal rüberbringen, noch eine Ladung Silage holen für die BGA. Vielleicht dann auch die letzte Ladung, also Silage jedenfalls. Na gut, der wird ja erstmal eine Weile stehen und sich dort beladen. Wenn theoretisch haben wir jetzt ein Problem mit dem Träger unten, ne? So, es ist noch ein Zuckerband. Ja, funktioniert noch. So, dann wird hier weiter aufgeladen. Aber ich würde sagen, wir machen dann... Wir messen hier nicht. Wir machen dann am Dienstag weiter. Ich sag mal vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin. Und Tschüss. Bis dann. Dann bis jetzt hier. ed.